Es war einst ein schönes Mädchen, glütig und auch klug, Chang'a. Und sie war verliebt in Ho-Yi, liebte ihn so sehr. Doch ein Trank mit einem Zauber brachte ihr Unsterblichkeit. Sie denn schwebte und ließ ihn allein. Und genau da lebt sie heute. Auf dem Mond. Und nur Jade, das Jade-Kaninchen, leistet ihr Gesellschaft. Warum? Weil Ho-Yi hier auf der Erde gestorben ist. Und wenn sie weint, werden ihre Tränen zu Sternen sterben. Und auf ewig wartet sie allein. Immer noch auf ihn, dort im Mondenschein. Für immer. Für immer.